Für viele Frauen zählt die Haarentfernung im Intimbereich zur Pflegeroutine. Wir verraten, welche Methode sich am besten für ein gleichmäßiges, langanhaltendes Ergebnis eignet. 1. Rasieren Das Rasieren ist praktisch, schmerzfrei, kostengünstig und entfernt Haare zuverlässig. Allerdings wachsen schon nach kurzer Zeit Stoppeln nach und die Haut reagiert häufig mit Rasurbrand oder eingewachsenen Haaren. 2. Waxing oder Sugaring Beim Waxing oder Sugaring hält das Ergebnis bis zu vier Wochen und die Haare wachsen weniger stark nach. Dafür ist die Methode allerdings deutlich schmerzhafter, kostenspieliger und nimmt mehr Zeit in Anspruch. Die Haare müssen zudem eine gewisse Länge haben, um entfernt werden zu können und es kann weiterhin zu Irritationen kommen. 3. Epilieren Das Epiliergerät sorgt für ein langanhaltendes, glattes Ergebnis. Hat man einmal in ein gutes Epiliergerät investiert, entstehen keine weiteren Kosten. Die Methode ist jedoch sehr schmerzhaft und nicht für sensible Haut geeignet. 4. Laser Durch eine Laserbehandlung erzielt man ein dauerhaft glattes Ergebnis. Sie ist nicht sehr schmerzhaft und es kommt zu keinen eingewachsenen Haaren. Die Methode ist allerdings recht kostenintensiv. Es sind mehrere Anwendungen nötig. Außerdem ist sie nicht für dunkle, gebräunte oder tätowierte Haut oder sehr helle Behaarung geeignet. 5. IPL Die Intense Pulse Light Therapie ist der Lasermethode sehr ähnlich. Die IPL-Methode wirkt nicht so stark in der Tiefe, dafür aber flächiger als ein herkömmlicher Laser und es gibt mittlerweile sogar Geräte für den Heimgebrauch. Nachteil Durch die Methode kann es zu Verbrennungen kommen. Sie ist außerdem nur für Frauen mit heller Haut und dunkler Behaarung geeignet. 6. Haarentfernungscreme Im Gegensatz zum Epilieren, Waxen oder Sugaring ist die Methode völlig schmerzfrei, entfernt die Haare aber dauerhafter als die klassische Rasur. Durch die enthaltenen Chemikalien kann es allerdings zu Hautirritationen oder allergischen Reaktionen kommen. 7.호� musst Schmerzen